Jo Leute, was geht das? Ja, heute ist nicht so ein beschissener Tag, leider. Aber Leute, ich sehe mich nicht auf DVD. Ich bin gerade schüchig zu, ich habe wieder so, ja. Warte, bevor ich mir anschaue, ich würde es freuen, wenn ihr mich auf YouTube abonniert und wie ihr auf TikTok folgen würdet. Denn dieses Among Us Animation hat jetzt bestimmt 300 Aufrufe. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Horror-TikToks. Okay. Oh, Gott. Hey, mir kommen die Geschwärter um. Das jetzt war ich mit allem. Oh, Gott. Ich bin jetzt sogar. Auf der Klocke. Der geht zwar nicht in die Tür zu. Oh my what the fuck. Das war scheiße. Okay, nächstes. Das war jetzt. Das war jetzt. Mhm. 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 Ja. 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 Was? Was? Clear? Das war alles mit Robert, und Robert geht hier oben nicht alleine, da geht die Schiff rein. Okay, devalei. Okay, devalei. Okay, devalei. Okay, devalei. Okay, devalei. Das war lame. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und wir sind jetzt nicht mit dem Video. Wir haben keine Ahnung mehr. Okay. 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 Okay.